Moin, ich bin Andrea, eure EWE Smartgeberin und ich zeige euch jetzt, wie ihr ganz einfach die FRITZ!Box 7490 installieren könnt. Als erstes braucht ihr natürlich eure neue FRITZ!Box. Und schon kann es losgehen. Wer einen Splitter und einen NTBA an der Telefonbuchse angeschlossen hat, kann diese beiden getrost entfernen, denn die brauchen wir für die neue FRITZ!Box nicht mehr. Die ganz normale Telefonbuchse oder ein neuer Glasfaseranschluss reicht aus. Wenn ihr noch keine Telefonbuchse habt, meldet euch einmal bei dieser Hotline. Die Buchse wird dann von einem Techniker installiert. Jetzt kommt mein Lieblingspart. Auspacken! Schauen wir mal, was wir alles haben. Hier ist die Bedienungsanleitung. Die ist natürlich super wichtig, um die FRITZ!Box richtig zu installieren. Und an die solltet ihr euch auch unbedingt halten. Darunter ist auch schon meine neue FRITZ!Box. Und hier eine Installations-CD. Die CD braucht ihr nicht, aber auf der Rückseite findet ihr nochmal den Netzwerkschlüssel. Hier auf der rechten Seite ist ein kleines Fach. Mal schauen. Ah ja, das DSL-Telefonkabel sowie das Netzteil. Ganz unten befindet sich noch das gelbe LAN-Kabel. Wir beginnen jetzt mit der Installation. Die Telefonbuchse befindet sich bei mir hier im Wohnzimmer. Viele Haushalte haben ihre Anschlüsse auch im Keller oder im Hauswirtschaftsraum. Schnappt euch als erstes das Netzteil und schließt die FRITZ!Box an den Strom an. Schon blinkt die Power-LED. Falls ihr euch wundert, dass die Anschlüsse bei euch ein bisschen anders aussehen, das ist kein Grund zur Sorge. Dann habt ihr die FRITZ!Box 7360. Die Installationsschritte bleiben aber gleich. Und jetzt aufgepasst! Nun gibt es zwei Vorgehensweisen. Je nachdem, ob ihr einen herkömmlichen Telefonanschluss oder schon einen neuen Glasfaseranschluss habt. Wie schon erwähnt, braucht ihr für die FRITZ!Box nur eine Telefonbuchse. Alle alten Kabel könnt ihr getrost ausstöpseln. Wenn ihr eine herkömmliche Telefonbuchse habt, nehmt jetzt das DSL-Kabel. Das Kabel kommt mit diesem Ende in die FRITZ!Box. Und zwar in die Buchse DSL-Tel. Die andere Seite steckt ihr dann in den mittleren Anschluss eurer Telefonbuchse. Wenn ihr schon einen Glasfaseranschluss besitzt, mit dieser Box, die vorher ein EWE-Techniker bei euch installiert hat, dann entfällt der letzte Schritt, den ich euch gerade gezeigt habe und ihr braucht das gelbe LAN-Kabel. Das steckt ihr dann in den LAN-1-Port der FRITZ!Box. Das andere Ende kommt in die Glasfaserbox. Da gibt es nur einen möglichen Anschluss. Fertig! Egal ob Telefonbuchse oder Glasfaseranschluss, ab jetzt bleiben alle Schritte gleich und eine komplizierte Installation ist überhaupt nicht notwendig. Die FRITZ!Box bezieht nun automatisch alle notwendigen Daten. Der Vorgang dauert einige Minuten und ist beendet, wenn die Info-LED nicht mehr blinkt und die Power-LED durchgehend leuchtet. Schon fertig. Der Anschluss läuft. Wenn ihr ein Festnetztelefon mit TAE-Stecker habt, steckt ihr diesen in Phone 1 oder Phone 2. Solltet ihr eine schon installierte ISDN-Telefonanlage haben, kommt diese in Phone S0. Achtung! Bei der FRITZ!Box 7360 ist dieser Anschluss nicht vorhanden. Genauso einfach geht es mit deckfähigen Telefonen von FRITZ! oder zum Beispiel Siemens ohne eigene Basis. Wenn ihr euer FRITZ!Box startet, seid ihr automatisch im Anmeldemodus. Dann drückt ihr so lange die Deck-Taste, bis die Info-LED blinkt. Und schon könnt ihr telefonieren. Hallo Mama! Kommen wir jetzt zu den Endgeräten. Wollt ihr euren PC direkt verbinden, braucht ihr dafür das gelbe LAN-Kabel. Das steckt ihr dann in die gelbe Buchse und das andere Ende in euren PC. Eure WLAN-fähigen Geräte könnt ihr natürlich auch direkt mit dem Router verbinden. Netzwerkname und WLAN-Schüssel findet ihr auf der Unterseite des Routers oder auf der Rückseite der mitgelieferten CD. Wenn ihr manuelle Einstellungen vornehmen wollt, steht euch eine Benutzeroberfläche zur Verfügung. Die richtet ihr mit einem Assistenten am Computer ein. Wenn ihr mit dem Router verbunden seid, gebt im Browser FRITZ!Box oder die IP-Adresse aus der Anleitung ein. Jetzt könnt ihr die Benutzeroberfläche mit einem Kennwort schützen und anschließend eure Anpassungen vornehmen. Das war doch wirklich super einfach! Falls ihr noch Fragen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Kanal und ich sage jetzt tschüss, ahoi, bis zum nächsten Mal, euer Andrea.